So und Willkommen zur nächsten Folge des This is a no game, aber wohl endlich will doch ein bisschen dämen. Aber dann machen wir weiter hier an der Stelle, wo wir zählst umgehen und werden diese scheiß Edits besiegen hier uns klarstellen sollen. Wenn ich das jetzt einmal geschafft, muss ich das schon doch nochmal schaffen können. Mist! Ah, nicht dass mein Schiss nicht so leicht weggehen! Ab! Ich werde noch nicht aufhören. Ich werde noch nicht aufhören. Ich glaube jener werd ich erst mal füsch... Warte wir schon haben das mal... Weil ich hab nichts essen bevor ich das Spiel gestaltet hab... Ja komm mal die kriegen hier... Ich hab alle mal kaputt... 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 Wir werden uns erstellen ja im instant! Mann! Wasp! 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 Were you able to light the bomb? Plug your ears! So! Overdrive! Okay! Swive! I'm done freeing up the ram! Great! Did you do it right? Very gently! Perfect! That was important data. Oops! Okay, I might have found a solution. Since the glitch appeared when I removed the gameplay, I'm going to merge you and global gameplay back into the source code. Her name is Gigi! Alright, alright Gigi if you prefer! Where? Where is she going off to anyway? Gigi! I'm still on the phone! It's taking longer than I thought to transfer her. No, we just have to wait. Gigi! I'm still on the phone! I don't know anything! His smart vacuum cleaner is attacking him! I apologize for this sudden arrival. I knew it! What are you doing in this computer? I just came to make sure that you and your little protegee aren't merged back together. I think there's a problem with my transfer. What's going on? Mr. Glitch is back! Oh no! User, you're going to have to help Gigi. I'm going to try to buy some time. Mr. Glitch, I challenge you to a duel of the game. If I win, you disappear forever. But if I lose, we will let you carry out your evil plan. Game! Hmm, tempting. What game do you have in mind? How about the rushambo? No, let's play Tic-Tac-Toe instead. But nobody ever wins at Tic-Tac-Toe. It's not really a game. Well, that way we will pay homage to the title. Let's play. Hey, what with the cheating? Give me my symbol back, thief. Stop messing with everything. Missed. Man! I don't know what's going on. Missed. I can't. Ah, hurry up and lose! Are you done yet? I get it. I'm going to get angry. This would be better. Now, I just have to beat you and I will be able to finish my evil plan. What plan? Do I have to explain again? The plan that's going to let me? I don't know what's going on! Whew! Oh yeah. He's just as clear as before! Mist Aaaaah Jetzt fahre ich die Kreise Was? Wut? He does it Stop messing with everything Your user is getting on my nerves, game Ha! Now you see what it's like XOXOXO See game You don't need your precious GG for effective gameplay Aaaaah I don't know I have to do that Are you done yet? Hey, use your callback to shock 2-1 if you want to break-breaker By the way, how did you know GG and I were going to be merged? I overheard your conversation Don't tell me you hacked into a Russian spy satellite to target us Or By analyzing the bands of sound vibrations against the walls of the room Or Maybe Maybe by deciphering the fluctuations of Wi-Fi wavelengths If I could lack of the phone you idiot Oh Yeah The phone Hey, what with the cheating Give me my symbol back, thief Stop messing with everything Oh Almost One more time Buh Oh, there's a creator again Shit! Are you done yet? Flash! Completed! Well done! I know of things, I'm pretty good at it Is the transfer finished? No glitch! No! Ha ha! Offline, you have no control over my world Now you're stuck inside my computer Oh, I'm shaking in my vajon boots I would be if I were you Oh yeah, why? Because no glitch Glitch There's going to be a game The transfer No, no, no! Plug the wire back in, you idiot Get it back Go ahead, creator He's trapped Merge us Quick No! Don't do that I will be really, really nice I improvise Close my heart And hope to die I'm sure What was that? Cut Cut Gang, try to hold him back I can't type the command line User, help us Keep Mr. Glitch away from the command line Leave me alone! Eh I can't do it! I can't do it! I can't do it! Hold him back! Eh? Okay! Try to hold him back! I can't type the command line! User, help us! Keep Mr. Glitch away from the command line! Okay! Move! 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 I can't do it! Get a Famous minion to win, Glitch! Quite a lot! Hold him back! Kill! Hit him! Cut him! Try to hold him back! I can't type the command line! User, help us! Kick Mr. Glitch away from the command line! Leave me alone! What happened? I can't do it! I can't do it! I can't do it! Leave me alone! Yeah! If we're going to go to the command line, we're not going to do it! I can't do it! Hold him back! I can't do it! My leader! I can't do it! I can't do it! Hold up! Leave me alone! I can't do it! I can't do it! Hold him back! Okay, I can only hold him down or something. Game, try to hold him back! I can't type the command line! User, help us! Keep Mr. Glitch away from the command line! Leave me alone! If you'll be alone! If they're going to go to the command line! Give me more options! Oh, can I do it! Get him down or something! Do you know... When I can't do it! I can't do it! I can't do it! Ich werde meinen weiteren Molitor ziehen. Oh, endlich! Okay, mein Putin ist schon auf der einen Stelle! Hier, Club! Ich werde drei, vier, fünf, oder? Endlich daheim! Wie lange haben wir denn eigentlich? Ja, ja, das ist der richtige Ort! Gigi, Gigi! Hier bin ich. Wir sind endlich nach Hause. Together. Ja, zusammen. User, alles scheint sich zurück zu normal. Thanks zu dir. Thanks to your insistence, and your innate talent for disobedience, and the complete destruction of anything you touch with your damn cursor! Game, I think we get what you're trying to say. Nya! Sorry. In a word, thank you. That said, later! Game! That's impolite! What? Don't you think the user could... G-g-g-what? Well, play it last? P-play...the game? Yeah! W-well, the curtain's closed, unfortunately. There's got to be a cord here somewhere. Hold on. Here it is. Go ahead, user. Pull on it. H-Señor! Seg-g-g-g-g-g-g-g-g! Mmh… Where did you put the start button? Maybe... Behind the... Game... I'm sure it's a sorting issue. I can't lift it. User, can you please help me pull on the chain? But I still don't see the button. Behind. Behind what? The plate. Game. Sorry. I'm going to generate a new game element. There you go. You can unscrew the plate with it, User. Game. It's your turn now. User. This switch will let you start my game. I mean our game. The way our creator designed it. But, 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 but. What? After everything we've been through and taking into account the grave, grave danger created by Mr. Cage. What are you doing? I'm giving you a second choice. This order switch will let you delete my source code, which will prevent the possibility of any sort of bug from escaping into reality. Have you lost your mind? Come on, Gigi. The fate of the human race is more important than the two of us. Can't you see? It's your choice, my friend. The game. Or. The safety of the world, the planet, of the interstellar cosmic universe. You're getting on my nerves. Ach, natürlich spielen wir. Ich glaube, wir werden dann hier. Ich kann dich meditate. Ach so, ich fühle mich auf. Ach so, dass wir beide den Enden hier machen. Achse zu deinem Herz. Ich erwarte wenn du deineiser придумollst. Ich cuide Disney. Ach. Ich cuideIN. Ich cuide, und wyb chosen. Ich warte auf deine Sätze. Die Universe. Das Universe. clothesToiloten. Dann, du hast das Spiel gewählt. Great! Was ist das? Es fühlt sich, als ob du die App nicht launchen willst. Ich weiß nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Es sieht aus, als es starten wird. Shhh, lass den User raiden! Nein, sorry, sorry! Rade, sorry! Aber T.A.R., ein Juni-Nar, mit der mit einem Vier-State geboren wurde, die Flieder zu fliehen und seine Mächtige Schildern wieder in der Story zu bringen. Ich habe schon eine Lösung, was ich dachte. Game R. Arbeitstitel. Beginn das Abenteuer. Akt 1. Wieder... Ja, aufschluss Deon. Game Pass. Ha! I knew it! Da dürfen wir uns nicht spielen. Dann wird das Programm jetzt beenden. Ein Spiel spielen. Weil das hier kein Spiel war. Kein Spiel von Novi via Pizzle. So. Das war das. Kein Spiel. Hehehe. Einfach mal Titeln in. Drei, vier voll. Oder? Und uns das nachgucken. Ich lass dir mal grad die Fellets laufen. Oh! LUTEBOX! Es reicht mit deinen Lootboxen. Ich find ein Weg hier raus. Es tut mir leid, Franzese. Ich kann nichts dafür. Was ist das, bitte? Was ist das, bitte? Sind Sie hier, Leute? Ja! Schau! Spice! Geil! Bist du wieder da? Brauchen hier... ...das Hilfe? Was ist das Bidi 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 mean? Ich hab keine Ahnung. Ich verstehe was sie sagen. Game Pass! Bist du sicher, dass das geil ist? Beide, 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 Beide! Égal. Maio Bibi, wir sch сделали das verdammten Schest. Oh nein, wir sind alle gleich zu sterben! Nein, das ist die Faltkasse drin, wo habe ich meine Aufnahmen nochmal? Da liegt meine aktuellen Aufnahmen drinne. Ich soll in diesen Aufnahmen Ordner uns aufräumen. Ach, da drinne, weil speicherte Zillerbilder. Ich glaube, wenn wir Bilder aus der Faltkasse rausziehen. Oh, der Traitor. Wunder! Ich will spielen! Ja, und ich will freilich halt. Also habe ich, haben wir wohl mal ein Spiel in sieben Folgen durchgespielt. Halt sieben Stunden, eine Stunde Parts halt. Aber dann gucken wir mal, dass ich das nicht spiele. Hier lang. Wir können ja, glaube ich, ja, hier der End. Geh, follow. Wir machen jetzt auch, die letzte Folge wird auch das Alternative Ending behalten, nämlich. Wir nehmen beide Endendings mit. Ja. 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 Gut. 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 I think we get what you're trying to say. Nya! Sorry. In a word, thank you. That said, later! Game! Game! That's impolite! What? Don't you think the user could... G-g-what? Well, play it last? Play the game? Yeah. Well, the curtain's closed, unfortunately. There's got to be a chord here somewhere. Hold on. Here it is. Go ahead, user. Pull on it. Where did you put the start button? Maybe behind the title? Game! Game! I'm not sure what's going on here. I can't lift it! User, can you please help me pull on the chain? But I still don't see the button. I mean, I'm not sure what's going on here. Behind what? I'll see if I was going on here. I'll see if I was going on here. The plate? Game! Sorry. Die letzte Schraube, last but not least, die letzte ab. Haben wir eine Frage, wie viele Rundschaften haben wir nicht? Game, es ist jetzt deine turn. User, diese Switch wird dir mein Spiel beginnen. Ich meine, unser Spiel, wie mein Creator es designte. Wir wissen, den Trickstall. Was? After everything we've been through, and taking into account the grave, grave danger created by Mr. Klitsch. What are you doing? Ich gebe dir ein zweites Wahl. This order switch will let you delete my source code. Which will prevent the possibility of any sort of bug from escaping into reality. Have you lost your mind? Come on, Gigi. The fate of the human race is more important than the two of us. Can't you see? It's your choice, my friend. Gibt Gigi's code ohne einen einzigen Fehler ein. Wach. Men rust an, nutz eine Telefon code, jemanden auf den Zauberdrehen. Und so, Sauberdrehen und so. Besser als die Star Wars. Die Star Wars. Held da. I can't feel you hesitating. There is no wrong decision. Besser als die Schmerz. Lade ein! Ja, ich konto Disney. Ich habe diesen Namen. Gehen Sie und wähle! Das Universum. Das Zukunft. Die Baby-Koalas. Die Baby-Koalas. Es war eine heiße Wahl, um einen Nutzer zu machen. Aber es war die richtige Entscheidung. Ich fühle mich, mein Content zu verlieren. Ich schiebe! Sind Sie fertig, überrascht? Schuss! Es geht nicht um mich. Es ist ein bisschen schmerzhaft, aber ich habe keine Erinnerungen. Du bist schade. Schuss! Ich bin nicht auf dich. Auf Wiedersehen, User! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Du kannst jetzt aufhören. Du kannst jetzt aufhören. Ich lebe jetzt aufhören, aber am Ende... Ich lebe jetzt aufhören. Entschuldigung, Gigi. Es war nur so, dass wir ein bisschen Frieden haben. Ich lebe jetzt aufhören. Es ist schon seitdem du hier warst, mit mir. Ich wollte es gerne sein, mit dir. Mit dir. Just den zwei uns. Okay. Ich verstehe. Ich lebe dich. Ich lebe dich. Wo sind wir? Oh, das ist ein Background. Ich lebe mich so, dass ich nicht alleine wäre. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Hold on. Ich habe einen Incoming Call. Hallo? Wer ist es? Game? Do you copy? Difficult to find phone booth where I be. Oh, it's the Russian voice. What's going on? Listen carefully. Enemy eye spying. I repeat. Enemy eye spying. No more money. It's going to ca- Enemy eye? User? You still there? Ich level high. Holy sh 39! Heavenlyaspi... Ich hel .... Ich hel ... hel. Ich hel the ... Ich hel den noch zum Schluss. Das wir jetzt dann ab! Hehehe! So, aber jetzt haben wir es wohl wirklich durch wie ein bisschen ein paar Landschaften gespielt, aber... ... muss man sagen, das wird man wohl dann halt so haben, leider nur. Dann könnt ihr jetzt auch nicht festen, alle Landschaften zu finden. War immer interessant. Oh! Holmes, ich denke, ich sehe einen zwei-headed fliegenden Squirrel. Ich möchte nach Hause gehen. Du bist viel zu stressig, Watson. Diese Gravitational-Disturbance ist wahrscheinlich wegen einer Inversion des Polen. Lass uns diesen schönen bathen und warten, um Dinge zurück zu normalen. Eigentlich, ich muss nach der Loo gehen. Help uns, jemanden! Geht uns aus hier! Was ist der Loo? Kann ich das mal sehen? Ich weiß nicht, was ich so habe. Ich weiß nicht, was ich so habe! Nein! Das ist ja... ENDE! Crunchy Crunch! Wieder... ...dann nicht... Ah, ist ja die selbe 10er, oder? Da schien dann auf jeden Fall kurze Credits! Wenn ich schon denke, was... ...wenn ich nämlich mal... ...leines Trench-Permüren durchzuschauen... ...naja... ...nach jeder Misode so ne halbe Stunde Credits, gefühlt... ...oder mehr... Aber dann... ...die Zutub des Planetens... ...und das alles... ...aber dann... ...wir sind mal wieder... ...oder... ...ich bin doch überlegen... ...ja, das ist, glaub ich, das... ...erste... ...Story-Team... ...was ich bei mir... ...auf dem Kanal habe... ...oder... ...mehr gesagt, noch... ...was dann auf dem Kanal hier läuft... ...oder... ...ja... ...das ist das erste Story-Team, was ich mal durchspielt habe... ...ich würde... ...mal schon da... ...ich will jetzt noch mal ein paar... ...weitere kleine... ...Story-Dales mal durchspielen würde... ...na dann... ...viel... ...viel Dank... ...meinem Zuschauen... ...und... ...ich muss... ...wirklich sein... ...ich finde... ...das hat sich... ...ziemlich... ...lustig... ...ich finde... ...meinem... ...er... ...ich glaube... ...meine Mutter hat eher Lust... ...dass wir durch das Spiel... ...sieben Stunden an diesem Spiel dran sein... ...aber dann... ...bis zum nächsten Mal... ...was auch immer ich damit... ...machen würde... ...aber dann... ...bis zum nächsten Mal... ...tschau... ...wenn ich meine Maus wiederfinden würde... ...ah... ...tsüß... ...sie brain double faith... ...lustig whole life... ...tchein... ...kresORT... ...mindernule...